Nun ist eine Studie öffentlich geworden der Chinese Academy of Medical Science, noch nicht umfassend begutachtet, die an Rhesusaffen erprobt hat, wie das läuft mit der Antikörperbildung. Und sie verkündet im Prinzip gute Nachrichten. Stimmt sie das hoffnungsfroh oder haben wir das noch mit Vorsicht zu genießen? Also wenn es jetzt nur dieser Artikel wäre, dann würde ich schon sagen, da muss man noch mal ein bisschen warten, ob nicht vielleicht noch eine andere Gruppe das auch mal überprüfen will. Aber auch hier an diesem Artikel gibt es sehr viel Optimistisches. Also um das kurz zu sagen, was die gemacht haben, ist, die haben vier Rhesusaffen infiziert. Jetzt sind Affen, also auch Rhesusaffen, die sind natürlich so nah mit dem Menschen verwandt, dass man da bei Krankheiten immer dran denken kann, dass eigentlich das Krankheitsbild sehr ähnlich laufen muss und dass die Immunität auch große Ähnlichkeit hat. Darum halte ich das schon für relevant. Und was gemacht wurde, ist, man hat diese Affen infiziert mit dem Virus. Und hat die beobachtet und hat ein Tier dann nach einer kurzen Zeit getötet und seziert, um zu sehen, dass diese Erkrankung auch wirklich so aussieht in der Lunge wie beim Menschen. Das war weitgehend so, wenn da auch ein paar Fragen sind im Detail, die ich hätte. Und drei Tiere hat man weiter beobachtet. Die sind ausgeheilt nach einer kurzen Krankheitsphase. Und dann hat man die nach 28 Tagen, also nachdem die wirklich kein Virus mehr zeigten, nach der Ausheilung noch mal infiziert und zwar mit einer beträchtlichen Virusdosis. Also wirklich zehn hoch sechs infektiöse Einheiten, eine Million infektiöse Einheiten. Also eine Million mal mehr Virus, als man bräuchte, um minimal eine Infektion hervorzurufen. Und diese hohe Virusdosis, und das ist eine Dosis, die sicherlich ein Patient unter natürlichen Bedingungen nicht abkriegen würde, hat bei allen Tieren dennoch keine Infektion mehr hervorgerufen. Also die überstandene Infektion vorher hat selbst bei dieser extrem hohen Virusdosis eine neue Infektion verhindert. Und das ist auch das, was wir erwarten im Menschen, dass wir zumindest mal, also ich würde jetzt mal sagen, zumindest für die Dauer der Pandemie und wahrscheinlich noch eine Zeit lang drüber hinaus, sind wir eben immun. Das ist auch meine Arbeitshypothese für den Menschen. Wir müssten natürlich schon sagen, das ist jetzt eine Studie an einer kleinen Zahl von Affen und da muss man natürlich mit Vorsicht drauf schauen. Affen sind dann doch keine Menschen im Detail und man braucht eine klinische Beobachtung. Also man müsste schon jetzt mal schauen, Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen sind nach überstandener Infektion, die würde man gerne mal über eine Zeit verfolgen und gegen eine Kontrollgruppe beobachten. Wo man sagen würde, also hier sind zum Beispiel zehn entlassene Patienten und hier sind zehn Leute, die haben eindeutig noch keinen Antikörper, die sind also noch nicht immun. Und jetzt beobachten wir die einfach für die nächsten drei Monate und schauen mal, in welcher Gruppe sich wie viele infizieren. Das wäre eine Studie, die man sicherlich demnächst auch sehen wird in den wissenschaftlichen Beiträgen. Das wäre eine Studie.